Stiel GTA 26 Schneider Kettensäge 4, Bar und Kette, Öl, Ladegerät, Holster und Tragetasche, Stiel GTA 26 Mini Chainsaw, Pruner, Gerät for holding the GTA 26 whilst climbing up a ladder or moving about. Fastens to your belt in a strap goes around the top of your leg to secure it. X1 Holster. Preis etwa 260 Pfund.